Das ist das Ding, wo ich das mit Marco gemacht habe, der Typ ist halt einfach genauso dämlich wie ich. Wir kommen dann immer auf dieselben Ansagen, aber bei ihm ist es so, da muss ich richtig nachdenken. Ich denke, es wird zu kompliziert. Gehen wir jetzt von rein technischen, theoretischen Fähigkeiten aus oder wer der effektiv beste Fußballer ist, weil er den Fußball am meisten bringt? Es sind nämlich zwei unterschiedliche Spieler. Ich würde jetzt mal sagen, wer ist der geilste Zocker? Dann kenne ich die Antwort, die du schreibst. Ich schreibe es ja auch. Ja, ich weiß nicht, ob wir da auf das Gleiche kommen. Ich schreibe einfach mal was auf. Gib mir noch eine Sekunde, ich überlege, ob mir noch irgendeiner einfällt. Ich habe eine Honorable Mention noch in Klammern gesetzt. Ich hoffe, das ist okay. Oh, Erling, hatte ich auch kurz eine Verlosung, habe ich aber nicht genommen dann. Ich weiß jetzt einen, den nehme ich aber nicht, weil den würdest du nicht nehmen. Das will ich danach wissen, wen du meinst. Ich schreibe mal unten in die Ecke, was ich glaube, wen du meinst. Ich auch. Und dann ein Kandidat. Wir haben schon eine witzige Truppe, finde ich. Wir möchten eine witzige Truppe. Ja, eigentlich schon. Okay. Ich bin überzeugt von meiner Wahl, aber ich befürchte, du nimmst sie nicht. Warte kurz. Ich habe noch keinen. Oh, ich habe die Honorable Mention. Ja, eigentlich auch ein guter Hit. Ich habe einen anderen, aber es ist eine gute Idee. Ich zeig schon mal rein, dann können wir schon wieder gucken, in Julis Gedankengänge reinhören. Wen hast du denn als Kandidaten? Als ernsthaften Kandidaten? Habe ich noch keinen. Hast du noch keinen? Als ernsthaften habe ich noch keinen. Aber den anderen wäre Toto gewesen. Ja, wäre auch. Ich habe Rafa geschrieben als anderen, aber Toto wäre auch ein Kandidat, muss man sagen. Wir müssen ja differenzieren, wer mich außerhalb des Platzes zum Lachen bringt. Ja, ja. Gibt es auch jemanden auf dem Platz, der auch zum Lachen bringt? Zum Weinen. Zum Weinen, ja. Ah, wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja. Marius, oder? Hätte ich gedacht, dass du hier auch kommst. Ja, sorry, mein Fehler. Bin auf Mats Seite. Hast du nicht Geld eingesammelt, auch mal eine Zeit lang? Ich habe mal, ja. Emre und Nico sind ja bei uns Mannschaftskasse. Ja. Ja gut, Aschraf und Jaden sind beide nicht mehr da, damit haben wir schon mal zwei Top-Kandidaten raus. Am geizigsten. Ist eine jude Frage. Also, ja, geizig ist schwierig, glaube ich, zu sagen, zahlungsunwillig würde ich es nennen. Ja. Oh, schön. Aber ich habe einen richtigen Partner gefunden, das gefällt mir. Wer diskutiert am längsten, wenn er irgendwie was zahlen muss? Und bei Emre diskutiert fast keiner, muss man sagen. Emre ist eine gute Wahl. Ähm. Aber ich sage jetzt einfach am geizigsten, komm. Ich nehme jetzt, bei dem ich glaube, dass der privat am geizigsten ist. Nicht so, was Strafen angeht. Warte, da muss ich erinnern. Ich weiß es nicht. Ich hätte es ihm gesagt. Ja. War auch eine Überlegung, aber. Das ist jetzt privat am geizigsten. Ja. Aber er wird immer zahlen. Ja, deswegen. Weil er ist ein Schweizer, er macht das. Ja, man muss das differenzieren. Aber ich sage dir, zu Hause. Das ist das Ding, wo ich das mit Marco gemacht habe. Der Typ ist halt einfach genauso dämlich wie ich. Wir kommen dann immer auf dieselben Ansagen. Aber bei ihm ist es so, da muss ich richtig nachdenken, dass ich auf die Antwort komme, die er auch im Kopf hat. Das ist nicht so einfach. Es gibt einen. Es gibt einen. Für mich. Das ist der Perfekte. Für mich wäre das Paradebeispiel eines Schwiegersohns. Ich habe zwei im Kopf. Und ich weiß nicht, wie du draufkommst. Ich weiß auch nicht, was für einen Tipp ich dir geben könnte. Gar keinen, gar keinen. Also ich habe zwei, die ich gerne schreiben würde. Ich weiß auch, welche zwei du meinst. Welche zwei meine ich? Warte, warte, warte. Ich schreibe erst auf. Ich habe aufgeschrieben. Ich habe zwei aufgeschrieben. Ich sage, du meinst Felix und Tiggi. Oh Gott, an die habe ich nicht gedacht. Ja. Nee? Nee. Felix wäre eigentlich mein Kandidat gewesen. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Ich habe Tiggi auch geschrieben. Ja. Ich habe Jude und Marvin aufgeschrieben. Was hast du mit Marvin eigentlich die ganze Zeit? Ich mag den halt. Marvin ist geizig. Der perfekte Schwiegersohn. Schwiegersohn. Aber da muss ich jetzt sagen, der geht jetzt auf meine Kappe. Weil zumindest an Felix hätte ich denken müssen. Felix 100%. Tiggi weiß ich nicht. Tiggi ist glaube ich ein tiefes Wasser. Superschwiegersohn. Das ist ein tiefes Wasser. Schauen wir mal. Dann ist er jetzt einfach, wenn wir nehmen. Was? Sorry. Sag mal. Ich habe mich verschrieben. Gott sei Dank. Yes. Schön. Wen habe ich aufgeschrieben? Was? Dich. Nein, Marvin habe ich aufgeschrieben. Ach so. Alter, ich bin ein Chaot. Echt? Ja. Ich hätte jetzt gesagt du. Oh Gott. Ich schreibe zehn Namen auf. Das ist eine Katastrophe. Es gibt einen, bei dem ist es richtig extrem. Aber ich glaube, das kann Matze füßen. Doch. Schreib ihn auf. Ich habe ihn. Das ist meine Nummer drei. Ich unterstreich ihn einmal. Den er aufschreibt. Es gibt auch. Wir können aber noch zehn andere Namen aufschreiben. Also ganz klar. Oh Gott. Stimmt. Ganz klar. Ja. Der aufschreibt. Der auch. Der ist abartig. Aber er auch übrigens. Der ist abartig mit dem Handy. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Hat er nicht auch so eine wasserfeste Hülle mittlerweile fürs Duschen? Sobald der das Ding in der Hand hat, brauchst du dem gar nicht mehr ansprechen. Okay, sagen wir, wir nehmen eine neutrale Person. Nicht uns beide. Unabhängig von uns beide. Wir würden uns schon auf eins und zwei setzen. Ja. Muss man schon sagen. Oder auf eins und eins. Ja. Okay, gebe ich dir. Vorab mal. Alles, was Swag als Swag bezeichnet wird, ist kein Kleidungsstil. Nur, dass wir uns da schon mal eigentlich sind. Je länger ich darüber nachdenke, desto schwieriger wird das. Ich gehe einfach mal in dich. Und ich habe das auch gemacht. Du gehst einfach zu jedem Spieler und sagst entweder ja oder nein. Und dann gehst du bei vielen und sagst nein. Ich gehe gerade durch. Wir können ja schon mal alle ausschließen, die einfach nur Jogginganzüge in der gleichen Farbe haben den ganzen Tag. Dann sind wir schon mal zehn Spieler weg. Und dann gibt es aber ein, zwei, wo du sagst, wenn du genau überlegst, ja doch, der kann sich eigentlich ganz gut kleiden. Ja, es gibt. Und da gibt es. Es gibt einen, den würde ich jetzt vielleicht etwas überraschend reinnehmen für dich. Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich dann am Ende wieder nicht der, den ich meine. Ich habe ihn jetzt mal aufgeschrieben. Ich zeige ihn mal euch, dass ihr schon mal wisst, wer es ist. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den nehme. Ich bin noch nicht die ganze Mannschaft durchgegangen. Also wir haben auffällig, also es fällt ganz leicht erst mal 15 auszusieben. Das ist schon mal ganz simpel. Der ist er. Das ist er. Der kann alle Geschmäcker treffen. Dann ist es nicht der. Also es würde mich schwer wundern, wenn du den aufgeschrieben hast. Der kann alle Geschmäcker treffen. Ja. Der kann alle. Manche habe ich gefühlt noch nie in Privatklamotten gesehen. Nein. Der bestgekleideste ist ja gegangen. Das ist der Thomas Delaney. Nichts gegen den. Nichts gegen den. Klar. Bestgekleideste. Ja, das war er jetzt auch nicht. Kein böses Blut. Das war er jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall einen Stil, den ich so nicht oft gesehen habe. Ich befürchte, ich muss bei der Wahl bleiben, weil den kannst du nicht meinen. Dann habe ich jetzt irgendwann vergessen. Bei dir in der Ecke. So irgendwo da. Ich ende auch nochmal. Ich habe jetzt nämlich einen. Den habe ich nämlich bis gerade eben vergessen. Das war natürlich mein. Was der Schmerzer? Ja. Valider Punkt. Ist gut, oder? Mhm. Kann man nehmen. Kann man nehmen. Emre kann man nehmen. Gute Idee. Ja, soeben saßt du auf meinem Tisch. Das war okay. Ja, das ist echt okay. Das stimmt. Wieder eine gute Wahl von dir, Jule. Wir kommen nicht auf, also wir kommen während des Schreibens nicht auf einen Nenner, aber danach kommen wir immer auf einen Nenner. Dann hast du nur uns einig. Wir sind uns grundsätzlich immer einig. Auf dem Platz, glaube ich, würden viele mich aufschreiben. Neben dem Platz. Ich muss jetzt meine persönlichen, meine persönlichen Wände das hier rauslassen. Darf ich nicht, darf ich nicht nehmen. Ähm. Ja. Na, also. War doch mal wieder eingefunden. Das ist ganz klar. Ja. Ich hatte schon noch zwei, drei für mich persönliche Kandidaten. Aber da brauchen wir jetzt nicht diskutieren. So, haben wir dann nochmal einen schönen Abschluss gefunden hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.